Hi. Hi. Mein Name ist Jeremy Kemp. Ich möchte euch heute Abend jemand ganz Besonderen vorstellen. Das ist meine Verlobte, Melissa. Na los, steh auf, man. Na komm, steh auf. Ich weiß, ich bin vergeben, tut mir leid. Wir haben Anfang des Jahres eine schlimme Nachricht bekommen. Eine wirklich schlimme Nachricht. Können wir heute was Besonderes machen für den wichtigsten Menschen in meinem Leben? Können wir für sie beten? Helft uns heute Abend. Und jetzt kommt ein Musiker mit 32 Nummer 1 Hits und 4,5 Millionen verkauften Alben. Begrüßt mit mir Jeremy Kemp. Du willst heiraten? Ja. Wird sie denn wieder besser gehen? Das weiß ich nicht, Mom. Junge, du bist erst 20 Jahre alt. Du hast sie gerade erst kennengelernt. Wir sind füreinander bestimmt. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß es einfach. Ich will, dass du eins weißt, was immer das ist. Und wohin es uns auch führt. Ich werde bei dir sein. Bei jedem Schritt und in jedem Moment bin ich bei dir. Ich bin dabei. Sowas von dabei. Ich werde dich lieben und für dich da sein. In jedem Moment, an jedem Tag. Ich werde deine große Liebe sein. Und dein größter Fan. Was ist, wenn das mein Schicksal ist? Hör auf. Du bist immer stark gewesen, nicht ich. Alles, was ich habe, sind Fragen. Was soll ich jetzt damit machen? Ich sage mir immer, wenn ich das Leben eines Menschen verändern kann, durch das, was ich durchmache, dann ist es das alles wert. Ich denke, es hilft, es heilt die göмы. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020